Seid gegrüßt zurück zu Mission 47 in Stronghold Crusader. Wir haben letztes Mal hier angegriffen, unsere Türme stehen noch hier, alles brennt ab. Und das werden wir jetzt ausnutzen. Das sind ja kaum noch Soldaten. Waaah, ist im Moment ja alles blott. Los, schnell, macht! Ähm, das Vorratslager sieht voll aus. Ich weiß nicht mehr, wo mein Markt ist. Da hab ich natürlich ne Pause gemacht. Da ist mein Markt und wir haben ne Menge Geld. Ist das schon okay, dass das so ist? Ich kaufe direkt mal ein bisschen Weizen und Mehl ein. Und ein paar Rüstungen. Was ist da mit euch los? Lauft gefälligst. Irgendwas an der Scrollgeschwindigkeit anders? Das ist irgendwie... Ich muss mit der Tastatur scrollen. Und kommt ihr jetzt hier hoch, bevor er angreift und wir keine Verteidigung haben. Und wer ist, wenn ihr schießt? Wir sind erledigt. Dann könnt ihr jetzt einfach mal direkt hierhin marschieren. Ich befürchte, dass wir das so haben. Weil ich könnte eigentlich... Euch schicken, ihr dürftet schneller sein. Wir rastet, der rastet. Wir stehen zu Dienst. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Ja, mein Freund. So, und jetzt fliegt mich hier hoch. Weil ich schicke euch vier hier unter. Da ist der Turm auch schon mal wieder besetzt. Was wünscht ihr? Ein erträglicher Auferlust. Irgendwie kommt mir diesmal alles etwas dichter und schneller vor von der Scrollgeschwindigkeit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht... Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Geht ihr? Geht schon mal mit Gott. Das ist in Ordnung. Der Herr ist allgegenwärtig. Wir sollten beten. Das solltet ihr. Und ihr solltet dort hochgehen. Wir sind bereit. Ihr verlangt viel. Wir können auf uns zählen. Das ist noch irgendwo eben eines. Aber zusammen mit dem Richard wird das auch schnell gelöst sein. Ihr müsstet eigentlich schneller sein als die Schwertkimmel. Und vor den an. Das ist eigentlich nicht so gut. Und weiter Bogenschützen. Im Prinzip sind die ja schon beide erledigt. Und dadurch, dass die jetzt hier ständig irgendwelche Meuschelmörder schicken, wird es nicht besser für die. Also braucht er ja länger. Und der kriegt ja kein Geld rein, weil er keinen Marktplatz hat. Und ohne Marktplatz den, äh... Das Vorratslager nicht geräumt bekommt. Aber er kriegt ja noch Steuern und Bier. Er hat in dem Moment echt Glück, dass er genug Hopfen reinbekommt. Wieso ist da einer gestorben? Ähm... Boah. Das war's. Ich ergebe mich eurer Gnade. Ich war sogar noch ein funktionierender... Nachricht von Richard Löwenherz. Gute Arbeit, mein Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Oh, das finde ich jetzt ganz nett von dir, dass du so beeindruckt bist von meiner Leistung. Ähm... Ich glaube, ein bisschen Holz verkaufen wir mal. Bis Hopfen müssen, könnte man ein bisschen verkaufen. Mehr als einen Lagerplatz brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind bereit. So. Wir sind bereit. In Bewegung. Bogenschützen bereit. So, hier geht da hoch. Bin zur Stelle. Richard greift jetzt schon den nächsten an. Wir folgen euch, Herr. Sind auf dem Weg. Mein Bogen ist teuer, mein Herr. Was macht ihr? Eine Nachricht von Saladin. Ich bin nicht rachsüchtig. Wenn ihr mein Gefangener seid, sollt ihr leben. Vielleicht... Ähm... Ja, ich glaube, der Eindruck ist abgewährt. Das tut mir um euch eigentlich sehr leid. Ähm... Ja. Also, es wird schon mal... Ein Lagerungsturm vor unseren Mauern. Ist echt? Ein Lagerungsturm vor unseren Mauern. Ein Lagerungsturm. Ist diesmal wirklich egal. Ist diesmal wirklich egal. Eure Gnaden? Katapult bereit. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Beiden wir den? Katapult bereit. Äh... Aber ich glaube, das war nicht mein Ramböcker. Mein Freund. Wie kann ich helfen? Ähm... Bei allen Heiligen. Ihr kämpft gut. Zu gut. Also, auch wenn ich gerne Lob annehme. Aber wir müssen jetzt ganz ehrlich sein, das war jetzt wirklich der Verdienst vom Richard. Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Gehen wir, Brüder. Das hat Richard ganz allein gemacht. Ich bin so stolz auf dich, Richard. Wir stehen zu Diensten. Ein weiter Weg. Dann kommen wir noch ein paar Wüstungen nach. Immer so viele Steine. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Seier. Was wünscht ihr? Ein weiter Weg. Da stören wir hin. Komm alles. Brüder konnte ich übrigens kurz. Getreide rein. Einlagern. Gut, das wäre interessant. Einfach mal die Feuerballist hier vorne anzünden. Und dann die ganze Burg anstecken. Ähm... Das wäre doch eine schöne Idee. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Auf dem Weg. Wir sind bereit. Ziel ist notiert. Ziel ist notiert. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Es wird ein Waffen benötigt sein. Nicht mit der Rüstung. Und los. Äh... Ihr scherzt, mein Herr. Nun denn. Nicht mit der Rüstung. Ich glaube, das waren alle Sprüche für euch. Einer für alle. Wie können wir helfen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Richard, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hast mehr als genug Geld. Bin faszinierend, wie viel Geld er hat. Chip, 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 chip. Balliste, bereit, my love. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Wir gehen unsere Hälfte. Balliste, da muss ich das spüren. Eine Nachricht von Richard Blötenherz. Der Duft des Sieges liegt in der Luft, mein Freund. Ich bin hier tatsächlich mal hier, die noch erschießen. Möchtet ihr hier locker hinkriegen. So. So, äh, kommt jetzt mal her. Na, komm. Okay, ich hab so viel rumgespielt. Wenn wir noch zählen. Und... Ihr könnt eigentlich mal alle hier rüberkommen. Waffenkammer ist voll, mein Lord. Waffenkammer ist voll. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten möglich sein. 2, 3, 4, 5. Bin zur Stelle. Wollen wir uns nach oben schützen. Wir sind bereit. Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Geht auf, mein Freund. Was soll denn die Nachricht jetzt? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich hab ja noch nicht mal versucht, wirklich was zu tun. Ich wollte einfach nur ein bisschen seine Burg ankokeln. Lustige ist, seine Brotwirtschaft hilft ihm auch nicht wirklich. Er kann ein bisschen die Steuern höher halten. Das ist alles, was er mit der Brotwirtschaft erzeugen kann, wenn die mal laufen würde. Und das bringt mir natürlich dann schon Geld, aber macht keinen so großen Unterschied. Guck mal hoch und guck, ob ihr nicht noch mal anzünden könnt. Frischer dürfte auch nicht mehr so lange brauchen. Und wenn der Saladin nicht gleichzeitig noch angreift, dann... ...dürfte auch recht Probleme haben. Eigentlich kann ich ihm sogar das Eisen und das Stein lassen. So. Ich zünd' mir hier alles an. Ist hochgekommelt. Bravo. Balliste, bereit, Milo. Okay. Nur etwas Glück. Mal gucken, ob was passiert. Ihr könnt da halt drüber. Und dafür müsste halt... ...das Lager ankommen. Was ist im Moment nicht tun. Ah, ne, klappt leider nicht so wie geplant. Also es springt noch mal über. Oh, Richard kräft da an. Oh, Richard kräft da an. Kommt hier mal hierher. Und... Und... Hier... Kommt auch her. Und... Wir sind auf dem Weg. Eins, zwei, drei. Und... ...konstruieren. Belagerungsgeräte. Hier steht so. In Bewegung. Wir stehen so. So. Okay, es brennt. Jetzt hier vorne auch. Das hilft auf jeden Fall. So. Meinst du? Hm... Kommt von hier rüber. Das Feuer ist wirklich bedenklich. Aber... Ganz praktisch. Da vorne könnt ihr mal reinschießen. Ah. Das... Der große Tun da ist auch weg. Oh, ihr könnt sogar dort hinten auf den schießen. Dann schießt ihr auf den. Das Vorratslager ist voll, mein Gott. Da habt ihr tatsächlich sogar gute Chancen. Wertkämpfer. Wertkämpfer. Ihr bleibt mal hier. Bis... Das Ding da zerstört ist. Helft mal nach. Ganz schnell. So. Jetzt kommt ihr. Güfte theoretisch. Hm. Das reicht schon so. Das musst du tatsächlich Richard fragen. Können wir noch die Nachricht von Richard? Nein, wir kriegen die nicht mehr von Richard. Okay. Dann schauen wir doch mal. Die meisten feindlichen Einheiten habe ich getötet. Die wenigsten verloren hat Saladin. Okay. Aber wir haben weniger verloren als Richard. Das ist interessant. Richard hat mehr Geld gemacht als wir. Mehr Nahrung hat natürlich Saladin gemacht. Wir haben mehr Nahrung als Richard gemacht. Mehr Holz hat Richard. Mehr Steine und mehr Eisen. Na gut, er hat ja auch mehr Steinbrüche und Eisenminen und alles gehabt. Und stand auch nicht so unter Druck wie wir. Hat auch mehr Soldaten gehabt. Und er hat eine einiges höheren Bevölkerung gehabt. Dann wundert mich da auch nichts mehr. Er hat mehr feindliche Gebäude zerstört. Er hat die ganze Zeit ja auch geradet. Warum verloren? Er stand auch nicht im Fokus. Gut. Das war es dann mit Mission 47. Die verlorene See. Und wir werden uns dann hoffentlich beim nächsten Mal sehen in Mission 48. Der Hades. Ach, die Mission kenne ich doch. Äh, die wird interessant. Wenn ich mich richtig erinnere, können wir weder die Kathedrale bauen, noch können wir Bogenschützen produzieren. Oder andere Fernkämpfer. Das wird auf jeden Fall lustig. Aber, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wünsche noch einen gesegneten Tag. Tschüss.